Ich bin froh, wenn du kommst in mein Haus. Doch heute, ich bin nicht so froh. Weißt du warum, Tommy? Weißt du warum? Du hast die gemachte Fehler, Tommy. Du hast mich angelogen. Ich habe Vertrauen in dir gehabt. Ich habe Vertrauen in dir gehabt, Tommy. Ich dachte, du kannst es lösen, du kannst es für mich machen. Was du hast gemacht, ist nicht was ich wollte. Verstehst du mich? Du bist ein guter Freund. Du hast mich betrogen. Hast du gemacht deinen Fehler? Werd auch ich böse. Ich bin nicht Waldemar und ich bin nicht Wladimir. Für mich, Geschäft ist das Wichtigste. Und wenn, wenn du nicht kannst mir zurückbringen mein Geld, ich werde dich aufheben. Ich werde mit deinem Messer werde ich, deinem Bauch werde ich, werde ich auf, ich werde deinen Bauch aufmachen. Ich werde deine, natürlich weiß ich nicht, deine Eingeweide, ich werde sie aufhängen in diesem Raum. Wenn du nicht bringst mir mein zurück, mein Geld, Tommy, ich gebe dir eine Chance, letzte eine Chance, ich gebe dir. Und wenn du nicht machst, was ich will, wenn du nicht bringst, was ich möchte, dann du kriegst ernste Probleme mit mir, Tommy, mit mir. Hast du verstanden? Hast du mich verstanden?